Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stundo Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Spide Legend. Ich würde sagen, wir legen hier auch direkt mal Lones. So, jetzt. Jetzt habe ich Schluck auf, Mann. Dann drücken wir hier direkt auf Stehen, ich esse nebenbei ein bisschen was. Äh, Gens, Benzine, drei, also sechs Stunts soll ich machen. Okay. Da gibt es nur einen. Okay. Perfekt. Ein Seel habe ich schon perry. Okay. Okay. Okay, yes. Man. Man. Okay, so. Mmm. I'm... Black. Black, easy. Okay, okay, okay. Als ob der es noch geschafft hat, erster zu werden. Egal, ich habe es trotzdem geschafft. So, jetzt muss ich kurz meine Füße bildern. Ah, ich bin Level 5. Geil. Okay, ich muss kurz weiter. So. Yeshi. Okay. Da bin ich wieder. War ja sehr lange weg. Nämlich gar nicht. So, äh, siegen, ja. Weiter geht's. Ah, jetzt können wir das Auto umändern. Ich will mal kurz gucken. Weil ich habe hier nämlich ein neues Auto. Ich grade das hier nämlich jetzt auch cool ab. So. Zack, zack. Level 4. Geil. Okay. Ne, ich will hier nichts kaufen. Äh, Level 4. Zack, zack. So. Okay. Fahren wir nämlich jetzt mit dem hier. Weiter. So. Gewinne das Rennen. So. Jetzt muss ich auch noch Erster werden. Oder was? Da freue ich mich ja sehr drauf. Nämlich gar nicht. Okay. Gewinne das Rennen. Sollte ich aber trotzdem hinkriegen. Nein. Nein, diesmal sind auch wieder mehr Rad. Diesmal habe ich auch ein etwas geileres Auto. So. Direkt alle einmal hier beseitigt. Bitte. Kannst du. Oh, das ist alles. Warme. ich habe kommen verkackt ich habe sowieso okay wir müssen es noch mal spielen okay okay wir müssen es jetzt noch mal jetzt aber ja das ist schon mal gut einen habe ich schon mal weg das war das war Okay, okay, okay. Ja, in, in, ja so. Okay, okay. Was? Nie die Erste geworden, so. Okay, wir sind jetzt. Habe ich mein Mikrofon gerollt? Stark. Neue Season aktiviert. Wir müssen natürlich hier trotzdem jedes Ding einmal durchspielen, so. Stark. Empfohlener Rang 779. Fahrer in Position 3 oder besser durch Ziele, okay. Okay. Sollte ich doch hinkriegen. Fahrer in Position, ja. Sollte ich hoffentlich hinkriegen. Das ist einfach ein Helikopter. So, nicht klar. Das ist irgendwie geil. Das ist eines Autos hier. Die beiden vor. Come. Okay. Okay, okay, okay. Wir, wir sind gerade dritter. Okay. Wir waren dritter. Wir waren dritter. Wir sind nicht dritter. Wir sind dritter. Wir werden dritter, wenn wir versuchen, oder? Wir werden dritter, der wochen? Wir sind hier dritter. Und hier ist das. Wir sind dritter. Und hier ist das. Ja, ich glaube es wird hier Ja, ich glaube es wird hier Okay, wir sind immerhin dritter, wir haben das Ziel So, ich muss noch kurz hier die Sonne beseitigen So, wir haben auf jeden Fall das Ziel erreicht, das ist schon mal gut So Zurück Perfekt, so Gehen wir hier mit den Nissan rein Let's go, gewinne das Rennen Schockwellen 1 So Was Stark, ich habe einfach leider das nicht richtig gegeben Was war jetzt nochmal das Ziel, was ich machen sollte? Ich bin gerade erster, aber das werde ich aber gar nicht mehr tun Okay, okay, okay Boah, alles klar Bam Ich muss das Rennen gewinnen Okay Leute, ich würde sagen, was machen wir in dem nächsten Video Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei Der ist unten in der Videobeschreibung Ich würde mich freuen, wenn ihr dort drauf joinen würdet Aktiv die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst Auf dem 3. Tag Dein Dörder, der ist dann los Tschau Tschau Untertitelung des ZDF für funk, 2017